möchtest du nicht wieder hin machen? da zwei mann! nur ronox, wenn du weiter hörst du dann die häuserfront auf von dem haus und wenn du dann weiter rechts guckst, fängt das haus wieder an, das ist so ein haus mit tunneln zweistöckiges und da sind gerade unten zwei oder drei Leute reingegangen das ist sehr weit, aber da sind gerade zwei, drei Leute reingegangen aber das blaue haus ist auch noch mehr drin, ne? da könnte auch einer sein, aber das rechts daneben was du wieder anfängst an der strafe, da sind auf jeden Fall genau, genau, roten dach und tunneleingang, wo du da so durchtunneln kannst da sind zwei oder drei Leute drin ich habe jetzt auch 500 Meter gesehen, wenn die rauskommen, dann schieße ich volle Kanüle drauf, Almer wenn die alle Dings vorne rausgehen, dann rechts gehen, das kann ich nur schwer erkennen ich bin bald da, nicht mehr lang, ach, ist gerade ungünstig, wohne männlich weißes T-Shirt, ganz oben, jetzt kommt sie raus, warte mal, die sind da jetzt gleich auf der Straße, die laufen zu bleiben raus ich schieße, okay die schießen auf mich was? schießt ihr auf dich? ja, die wusste ganz genau, dass sie oben die laufen jetzt hinter der Mauer ich muss hier weg wo sind sie? hinter der Mauer oh nein, was macht denn der jetzt? also nicht bei uns oben nein, die laufen jetzt auf... nicht die Straßenseite von den zwei Häusern, sondern die anderen und da sind eine Mauer und dahin lassen die dann nicht zu uns jetzt gelohnt ja dann komm mal her, komm mal her, lauf mal mit dem Kuhle weiter lang, da muss man hier einen Baum weg achsen schnell alter ist der Gottkrieg ja auf die Kuhle einfach weiter alle, die kamen raus und haben direkt auf mich geschossen ey, das war übelst Banane, die wussten, konnten gar nicht sehen, dass ich raus bin wo bist denn du? ja, einfach die Kuhle weiter lang, so ein paar Meter ich geh auf jeden Fall von Außerstelle getroffen haben das wäre also, alles andere wäre schlecht für mein Selbstwertgefühl ja, ich lauf jetzt runter und lauf von der Kuhle in die Stadt rein ja, und da musst du richtig aufpassen, richtig aufpassen weil die ganzen Häuser, die ganzen Häuser hier Richtung Rathaus ich habe auch keinen Bock hier weiter im Wald rum zu sitzen das liegt mir auch voll auf den Keks ja, aber ich will nicht von dieser Seite da rein, das finde ich dem und wo dann? das überlege ich auch grad an der anderen Seite der Stadt, so komplett durch die Stadt ich bin ich würde eh auch weiter links gehen weiter links von dem Geröll da, da bin ich grad friedlich einfach als Bambi einfach durchgedüst und das, ich habe alles gescoutet für sich weil von rechts, wenn in der Rad, rechts sind die Hochhäuser oben da schießt's raus von geradeaus schießt aus den Häusern oben aus dem Rathaus schießt's bestimmt immer noch irgendeiner, der liegt da oder so und ich habe auch das Geröll und so diese Seite da, da ist, also ich habe keinen gesehen, als ich da lang gedüstert bin ja, Geröll klingt gut, da kommen wir auch schon mit unseren PSO Scopes hinzu fanden die Gerölle haben wir mhm 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 Geräus ist zu, zumindest von meiner Seite ist schon ruhig geworden, ne? mhm Entweder ist es gar nicht na gut, ist ja auch schon eineinhalb Stunden her, also weil es ist noch voll der Server ja, aber es sind bestimmt schon ein paar gute Leute gestorben, aber die bleiben natürlich drauf und hier Lucht wieder haben da, oben im Rathaus immer noch einer zwei Mann, zwei Mann drin ist erst, der AKM hat hier geschossen mhm, von der Kuhle oder? von der Kirche oder so? ja, ja, von der Kuhle ich würde dann auch noch mal drauf schießen ich würde da auch noch mal drauf schießen, wenn ich die oben sehe die laufen zu zweiter oben durch ja du würdest aber wieder unsere Position verraten, ne? aber kannst du machen ja gut wir müssen eh in der Bewegung ich hab jetzt auch ich hab jetzt mal 5 km ganz oben hat das Nox? ne ne, da hat mir die Mausung geschossen da ist irgendeiner von mir irgendwo über die Steine keine Ahnung oh Gott, ich bin hier oben bei den Steinen ja, der ist immer sicher unterhalb der Steine irgendwo da muss einer sein, der sniper im Wald der schießt glaub ich auch aufs Rathaus ja genau, passt auf das ist jetzt einer von euch, gell? das will ich aber der ist unten leider der ist unten ja ja, der ist unten das kam genau von hier unten häng mich unten auf der Straße zum Rathaus gehen zweimal hin die gehen da jetzt rein und lass die Mose-Typen abschießen ja, ich sag ja nur ich scout ja erstmal weiter und vom Rathaus zwei Typen die sind ins Rathaus reingegangen oder gehen drumherum ich hab'n Baum davor ist ja aber so außerhalb die reingegangen wo ist er denn? ich hab'n ich hab'n P.S.O. in die Tasche oben hat das Tür ist aufgegangen die haben uns zu ich will dir lieber weg, grad nötig ich hab'n keine Ahnung er kann jetzt überall seine Niederlande oh, da hat's wieder geschossen ja, du hast die Arke ich hab'n nichts gehört wo's hier? wo's hier? wo's hier? wo's hier? wo's hier? ja, 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 und diesmal kam's ja, das kam wieder auch von hier irgendwo Alter, komm, ja, vielleicht ein bisschen bei der Wunder noch sogar der Klaus auf Lukas, wo bist du? ich geh's, ich geh's noch ein Stück weiter nach links ich bin fast beim Pianohaus runtergerannt jetzt, ich bin fast da runter jetzt wow, da sind zwei Typen passt auf, da hab' ich grad' zwei Typen ja ich bin dumm gelaufen, glaub' ich ja als den Rathausplatz einwählen das ist so ein perfekter Winkel oder was ist dein Winkel? und mich aber auch glaub' ich aus dem Rathaus selbst aussehen ach komm, scheiß auf ich bin jetzt direkt am Pianohaus ja, da war ich auch grad da war's eigentlich noch safe dann bin ich ein Stück weiter gelaufen da sind ja so dreistöckige direkt wenn du Richtung Rathaus guckst ich bin eigentlich jetzt im Nachbargebäude des Rathaus das sind so drei Stücken oben am Rathaus ganz oben einer drauf, ganz ganz oben ganz 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 oben ganz oben ganz oben ganz oben ganz oben ich bin ganz oben da bin ich ich gehe dann in die Stücke, das rein ganz oben ganz oben im Rathaus ist einer ganz oben in der Kuppel und den hab' ich angeschossen Rathaus stürmen finde ich mit einer SKS auch noch nicht so Du jetzt, oder? Schießt das doch du? Ja! Siehst du den? Ich würde mal sagen, beweg dich mal langsam, Martin, weil du hochst da jetzt schon mal ewig und schießt da rum, so ein Verrückter. Ja. Alter, ich bin jetzt verrückt. Ich bin gleich tot, glaube ich. Wieso? Was machst du? Ja, das geht. Das sind doch so Hinterhöfe nur. Da kannst du durchlaufen. Riecht in Kirche eines der Gelderhäuser, oder welches? Äh, du Häuser, ich bin direkt im Nachbarhaus vom Rathaus. Ja, Mann, dein, ich weiß von welchem, aber richten Kirche die Häuser, oder weg, Mann? Da sind überall Häuser drumherum, du Spaggo. Das ist direkt das daneben, wenn du vom Pianohaus zum Rathaus guckst, ist ein dreistöckiges direkt dazwischen, und in dem bin ich drin. Da sind zwei. Siehst du jetzt hier auch, oder was? Ja, ich bin in dem rechten. An dem Torbogen, an dem... Kann ich ja nicht mehr sagen. Nox, 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 was? Im rechtesten. Ich komm raus, Mann. Wo bist du? Warte, ich komm runter. Ich hab die Eingänge grad nicht in sich. Ich renne jetzt einfach brutal über die Straßen. Ja, die Tür auf. Ist direkt gegenüber vom Piano. 1 zu 1 direkt gegenüber. Und wenn da keine Mauer dazwischen wäre. Ja, ich seh dich, ich seh dich, ja. Ja, dann bist du aber nämlich nicht direkt der Nachbar vom Rathaus gegangen. Ja. Irgendwas ist ja noch dazwischen, aber ich mein, das gehört zum Rathaus. Ja, das gehört zum Rathaus. Ja, das gehört zum Rathaus. Nox, so bist du gut. Ich bin ober auf den Stellen. Bist du da oben drin jetzt? Da ist das so ein Blautürhaus. Oder gehört das nicht zum Rathaus? Nein, ich glaub, das gehört nicht zum Rathaus. Aber das ist da, deswegen dachte ich, da bist du drin. Nein, nein, nein. Ich komm hoch, nein, nicht erschrecken. Wir können ja sonst ins Blautürhaus gehen, aber da weiß ich nicht, wo... Da hab ich vor uns Belegung gesehen. Wo? Da hab ich vor uns Leute drin gesehen. Ja, weil ich sehe nicht mal, dass du hier Fenster rausgucken kannst aus dem Blautürhaus da unten. Wo kannst du denn mal... Auf dem Rathaus, auf dem Rathaus sind Leute, die ganze Zeit, da klitscht immer was raus irgendwie. Wo genau? Was ist der Stock? Ja, ja, ganz oben, das obere Treppenhaus nochmal irgendwo, wo die Kuppel drauf ist. Ach komm, Hendrik, komm. Da guckt immer mal innerer raus. Muss man da jetzt das Rathaus stellen, oder was? Ja, erstmal das Blaue, danach das Rathaus. Hier geht's gar nicht hin. Da reden Leute. Ja, vom Rathaus. Am Rathaus reden. Hahaha, bla 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 bla. Ja, ja, ja. Die hatten da, glaub ich, schon grad Krieg. Da ging dann eine Gruppe runter und eine Gruppe runter, äh, hoch und dann... Oh, du leckst man dir so heftig hier, ob der Service echt am Ende. Warte mal, warte mal. Lok, siehst du auf den Stein direkt? Ich lege auf den Stein direkt, ja. Ganz oben. Die oberste Steine lege ich oben. Hier, durch den Gang gekommen? Ich bin hier noch. Hallo? Warte, ich will mal gucken, was die hören. Ah, hier. Seh dich. Du willst mal gucken, was die hören? Ich lauf ein Stück weiter. Kannst du sagen. Die wollen wieder rein? Ja, hab ich auch gehört. Warte, ich, ich warte noch. Ich find das grad irgendwie... Ich find das grad irgendwie... Wie, das sind das? Was war denn? 300, gell? Hm, würdest ich mal tippen. Ja, na, 300. 3 bis 400 kommt hin. Gitterhäusen, der Hall ist clear. Also, es ist wieder still, ja. Unser Haus ist clear, ne? Hm. Oder wir bewegen uns so, dass wir den Ausgang vom Rathaus sehen können und wenn die rauskommen, macht's peng 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 peng. Ja, der kommt. Weißt du? Lass mich vorlaufen. Ja, ja. In Not, wenn da jemand auf mich schießt, kannst du noch reagieren. Ja, eigentlich sollte der Bett schlechtere Spieler vorlaufen. Ja, aber ich hab nur noch am letzten. Ja, trotzdem. Oh, jetzt achte die auch mal. Achtet bitte mal aufs Hochhaus, falls der jetzt mal rausguckt oder sonst. Rathaus. Ja. Ja. Hab ich die ganze Zeit im Blick. Oh, du läufst aber ganz schön offen. Wieso bist du nicht rechts? Die Line gelatscht. Ah, 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 ah. Das ist kein Pulli, dem bin ich auch. Das ist voll scary, du Spass. Du weißt, deswegen hab ich ja gesagt, dass ich kurz stehe vor. Wow. Oh, von hier aus kann man das Gestalt sehen nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das war aber glaub ich niemand, weil die Tür mir dann nämlich offen. Ja, jetzt kannst du ziemlich gut sehen. mir fällt gerade keine bessere idee ein warte ich guck mal ob man das ein zweiter rechts auch geht wenn du von der rechten zählisch aus ja dass die fenster habe ich nicht ganz so gut im blick da habe ich den zu beschissen holen die einfach da kann man aber gleich nicht hoch oder doch aber das ist ich glaube da kannst du nach hinten gleich raus gucken ich schaue alles so an was ich anschauen kann ja im zweiten stock ist auch keiner also im zweiten stück da ja dafür uns auch schon da das ist ja doch geht 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 bist du schon nach ganz oben gelatscht hier ich glaube hier auch siehst du das noch besser aber hier von mir aus lüste aber auch besser gesehen kannst du auch per tag jetzt sehen ob da jemand das treppenhaus runter düst oh lol ist das offen hier aber deswegen stehe ich dann auch glaube ich nur auf wenn ich sehe da läuft jemand runter soll ich unseren arsch stecken das weil zu zweiter legen ist dumm vor allem jetzt ein bisschen meine waffe guckt uns zu uns ja ich weiß nicht wie gesagt zu zweit liegen ich kann mich da nicht sein ich sehe euch ich glaube ich sei dir in so einem blauen hau ja es ist ja so und wo kann ja bewegt ihr euch gerade mal ja bewegt euch gerade immer so ein bisschen nach links rechts oder liegt was ist dort auf dem feld auf der ist runtergeklickt ich habe auf den geschossen da kommt heraus dass er raus dass er raus ist er kommt hier rein der kommt hier das weitergelaufen straße alter ist der weg aus dem rathaus raus auf der reinkommen sie ist schon bevor die er kommt abend haben wir das erzeugen er kommt er ich habe ihn verfehlt er mich aber auch er hat nur eine Pistole in diesem Fall hinter mir kommt was wir machen alles selten er ist aber hier reingefahren scheiße der verfolgt und ich habe gesehen was wird oder ein alles und alles der Kerl ist in unser Haus ich habe einmal aufgrund von der Schmerz der Zutaten das sind die hinter der Straße die zur Küche ich kann nur vorstellen dass er eine Monox weil er nur eine Pistole ich glaube nicht pass auf ne der kann auch hinter uns das fenster hinter dir gucken ich hoffe ich sporen oben weil das wird ich will aber nicht auf die felsen drauf gehen also weil wegen 100 ist mir zu gefährlich hätte ich später schießen das ist ein fest ich glaube ich bin zu einer nähe problem wenn er mit seinen freunden unterwegs und sagt da sind leute dann haben wir genau so probleme das glaube ich raus raus rennen wird immer glaube ich ich weiß es nicht die früher die ganze zeit den scheiß eingang mehr beobachten soll es ging auf einmal so schnell war schon unten und dann wollte ich aufstehen und dann war schon eigentlich über die schlossen weil der trommelmagazin nicht gesehen aber kann gut sein er war full gear mehr kann ich nicht sagen er wäre jetzt auch tot hat man hier wieder durchs geländer schießen können kannst du nicht kannst du ja ich weiß ich weiß er ist ja beim weg ach der ist da hoch und ist wieder weg hat er so gekommen und in dem moment schießt auf ihn habe verrissen wie ein idiot aber und dann beim runtergehen hätte ich ihn getroffen oder war das geländer dazwischen wir sind deine zeug weg hast müssen wir unbedingt dann weg weil ich glaube der typ oder noch mal wieder hoch zu kommen und wir haben jetzt auch umgeschossen hier oben ich schau grad wo ich bin wenn ich weg hab bin ich am Arsch der Welt und dann so so da laufen oh da laufen richtig viele alle mit schwarz equipped auf der hinteren straße oh ich sehe sie sie kommen sie kommen ein zwei drei vier fünf sechs zu euch und sie kommen hier hoch glaube ich ja alter aber was ist das denn bitte für eine Armee ich glaube ich habe dich nicht gescheit getroffen das nee du hast dich nicht getroffen du hast hammer gegen das fenster geballert naja da laufen sie wieder wo die aufendien komm hier glaube ich rein alter ich treff die glaube ich nicht weil ich ja sie kommen rein ich komme runter zu euch ah ah ich wurde angeschossen ich glaube ich habe ihn aber bin mir aber nicht sicher ne er lebt noch er lebt noch er kommt höher er kommt ich bin tot ist klar er kann durchs ding schießen oder was aaaah ärgert mich wieder der denk auch tot weil das ist ne richtige Armee von fünf sechs leuten ja es war jetzt wieder nur einer der da hoch kam der war halt wieder mit Dauerfeuer mit Dauerfeuer versuchst du es jetzt hier hoch ich? er ist tot oder was? ne hält an mit seinem AKM Trommel-Bagatzien warte mal ich kann jetzt hier die straße leer einsehen ja du musst hier rein und wo ist fünf vier drei ja ich weiß nicht genau wo ihr seid in dem Haus immer noch was du dir gesagt hast wo du Bewegung gesehen hast ja wenn ihr das wart oh und wo stehen die da hinter euch ich bin direkt an dem Industrial ich bin direkt hier gespawnt ich komm ich zeig's dir dann Martin ich zeig's dir dann ich bin jetzt hier warte ich komme zu mir das will ich bin an mit das will ich bin da wo schwarze Bambi mit beigem T-Shirt ich geh's hier ne zwei Stück hinter dem roten Maxcheinhaus ich seh ich renne glaub ich dann ja 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 bleib da so komm ich bin bisschen über die holm uns jetzt alter einfach reinlatschen volle kann über die egal ich komm jetzt das war angst bekommen wie gesagt das waren wirklich hier auch fünf gezielt hab ich die jungen uns kommen ich komme ich bin Bambi ich kann nichts mehr machen du kannst aber vorgehen die anderen das mache ich sowieso einer ist unten im Rathaus drin einer ist jetzt unten im Rathaus drin Achtung wo bist du jetzt hier ich würde ich da das bin ich so ich renne jetzt einfach voll drauf zu ne ja warte mal warte mal warte mal warte mal warte ich warte hier unten die sind sie in der Straße vom Rathaus hier oder was? weiß ich nicht mehr ich weiß nicht wo die sind da vorn einer ist unten ins Rathaus rein mehr kann ich dazu gar nicht sagen ich näher mich jetzt ok siehst du mich noch warte mal ich will mich mal an die Tanne platzieren du siehst das von da nicht? ne das weißt du ne? das ist einmal um den Knick hier rum ach ff du müsstest eher von der Kirche so gehen da, 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 du kommst raus ich geh die Hinterhofer einfach ja 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 ich geh die Hinterhofer auch lang dann kann ich dir zeigen welches das ist, da kann man auch vom Hinterhof rein nein was machst du da? da lädt das Dreister rein warte das geht nicht so so ich hab auf 100 Meter gesehen, das musst du noch mal vorgehen ist keiner hier drin von euch ne? ne so das dürfte jetzt das Haus hier sein hier hinter dieser Tonne pass auf ich geh rechts rum oh ja hier unten ist wer drin im Erdgeschoss wieso schießt der nicht mehr? im Erdgeschoss, da sind zwei Leute hier im Erdgeschoss einer rechts unter der Treppe, einer auf der Treppe zwei auf der Treppe die sind alle hier oh mein Gott oh oh, bei mir schlägt's ein warte, was durchlöchern die mein Haus so? Martin ist das, Martin schießt da kommt er an die Tür ja ich bin tot ich hab den anderen aber auch mitgenommen im Treppenhaus irgendwie Achtung im Treppenhaus zwei noch, Martin pass auf ich hab ihn nicht durchgeschossen, scheiße hab ich ihn getroffen, ne ja? ich hab den Schuss reingeladen hab oder so was ist das denn? das ist immer noch einer im Treppenhaus der guckt jetzt genau hier an dieses Fenster immer noch ein Fail warte, ich muss den Scope abmachen wie sind wir? ja, 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 an der rechten Kante er sitzt ab'n ja, er ist, der ist, der müsste Matsch sein eigentlich ich geh weiter rein, damit ich weiter scouten kann warte, warte, ich muss nachladen ich muss unbedingt nachladen ja, ich geh hier unter die Treppe erstmal sag, wenn du ready bist dann scout ich wieder boah, Alter, wie es blutet hier der Bandage schwer einer verbindet sich er ist genau an der Kante hier der ist genau an der Kante hier hab ich ich hoffe, es hat dir kommen der hat übrigens ne M4 gehabt jetzt da sind bestimmt noch 2-3 oben, Martin aufschlossen richtig, Alter, ich war so geschockt als die Armee kam ich hab mit einer SKS schießt naja, zwei Hammer, zwei Hammer wenn du Ambu sein willst, gehst du hoch wenn du sicher sein willst, schnappst du die M4 und rinds weg ich weiß nicht die M4 schnappen jetzt nicht schon drin nicht ah, Svetlo ist das über Svetlo, weißt du ja nicht Svetlo ist aber gut ja, ja, schon dauert vier Minuten, Schätzchen Dauert vier Minuten, Schätzchen Klingt ja wie Russland Internet ich glaube, ich hab wieder einen guten Spawn ich glaube, ich glaube es bleib ich jetzt hier ich geh ein Stück runter ich muss, ich kann 70% guter Spawn ansonsten ich ich kenne das Haus hier ich kann ihn von hier unten ich kann ihn von hier unten looten ich mach das sonst gerne wieder wenn ich gleich da will mit dem Bambi da so Alter hat ja viel M4 Zeug ich hab den aber alles durchlöschert komm hier rein du kannst die von unten oder der Treppe ja, ich bin unterwegs aber ich bin mir immer noch nicht ich bin auch unterwegs warte, 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 warte ich bin sehr gut gespawnt die kommen runter ich hab die weggeschossen hier unten habe Bambi ich bin recht gut gespawnt ich brauche ca. 2-3 Minuten schätze ich immer noch ich bin an diesem Holzfelderhaus wenn man zwischen zwischen Erfield und dem neuen Stadt weißt du da wo man parken kann naja, ich brauche kurz ich bin gleich schon unten Luka, Hendrik du kannst von hier unten die M4 looten das komplette Zeug kannst du von dem looten ey, die Stürmwerber bitte noch der hat ungefähr 8 der hat ungefähr 80 Sturmmagazine oder so aber kein Cheater Zeug ja, aber 80 die hier oben sind immer noch 2 8 Stücke ja, doppelt erzieh mir nichts kannst du beide nicht gehoben Heli-Crash-Sets sind nicht mehr im Gegenteil der oder der hat's jetzt seit den Schade 8 Monate aufgehoben nur für das Community äh, genau ist klar ich bin schon fast an der neuen Stadt ich bin jetzt schon hinter der der neun soll ich hab jetzt auch wieder? nice dann geht er auch runter zu dem Haus ja, wo ist das? Rathaus, hinterm Rathaus hinterm Rathaus inzwischen, da wo die Kirche ist Richtung Kirche, also ja genau, Richtung Kirche das meint er dahinter und da ist ein Ghetto äh, nicht ein Ghetto das ein dreistöckiges Häusler das von dir aus wenn du von hinter der Kirche kommst das ganz rechte mit der blauen Tür und da steht auch Martin wahrscheinlich ich schätze ihn mal drin pssst pssst warte mal, da ist die Reden ingame laden nach ich glaub die wollen mich jetzt stürmen ich sag ja ich bin zu mich gut gespawnt wieder sind noch ungefähr zweimal im haus einer liegt und krabbelt richtung kirche oder war das jetzt gar nicht richtung haben ja richtung am rathaus ist das am rathaus vom rathaus das ist direkt die straße am rathaus aber richtung kirche ist schon richtig so gesehen ist halt das haus da siehst du perfekt den ausgang vom rathaus ja ja du kannst die komplette m4 leben von dem typen die können von oben nicht liegt das leise liegt oben drauf das hat schon gesucht der batterie der bambi liegt ja das ist gut der licks über die trübe und den hat so ein stück runtergeklickt und die ganze ist noch von unten was aber sehr geil weil ich genau in der straße vom rathaus ich bin gleich da ich zeigte sind es gleich geöffnet das hier sind die selbe und war kurz ich bin in einer Minute da sagt mir ja wenn er reinkommt habe gerade eine bambi weggeknallt er wollte genau auf einmal in dem haus drin ja ich sag das jetzt hinter dem aber das wird sein da ist es hat ich glaube das bin ich gesagt da kommt eine folge rein das bin ich grüner du bist früher schau guter rucksack da schaue 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 hier abkriegter mann alter dass du mir sagt doch aber extra 3 mal kommt jetzt ist das das ist ja aber das ich bin auch gleich da ich bin schwarzer bahn wie alles weiß ja du bist hier du bist du bist voll auf wenn ich gehe mal weg hier mann weil er österreicher ist oder bock kann das auch nicht gut ja doch ich nehme 4 dann musst du mit stürmen gleichen aber er hat nur die die schaue 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 30 bis 40 sekunden aber du kannst du in der magazine das ist schon was hier vor dem ding verpratzt hat wenn nichts durchgegeben wir ja da war es die ganze die ist wenn sie die ganze die ganze drüge ist nicht so ein bisschen und nicht so drüge wir haben wir hier wieder mit seiner mini kann da steht Prozent 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 ja Dominator meine ich hier laufen jetzt einmal durch durch hinten von dem ich bin jetzt gleich ja nur muss ich müsste ja mach halt ich kann dich ja nur beschützen irgendwie oh gott bei mir klicke durchs ganze haus du sitzt genau vor der treppe jetzt also das ist ganz schlecht und das hätte man doch wissen können aber nicht da wenn es da eben der bauer dreht egal wenn er stirbt haben wir schon wieder sechs sekunden oder so jetzt liegst du draußen jetzt liegst du draußen ich bin ich jetzt liegst jetzt bist du genau das ist jetzt ich komme jetzt ich bin gleich da zehn sekunden 5 und daher weiß aber haben wir alles weiß ich bin schwarz oder das ist sogar noch so was macht nix denn da bei mir hängt bei mir ist nix da in der reihe hinter dir überwirst ist er bei mir ist ja genau so wie er hat er steht ja komm mal her kannst du noch was du nicht schon die große ist drin ganz sicher ja die musik habe ich aber das ist was runter es kommt eine runter Achtung es steht eine direkt über uns er kommt er hat ich kann nicht sagen dass sie es kommt nicht mal über die erne ich gehe jetzt gehen ich hab doch nichts in der schweizenden das gelände kann man ja nicht manche das oben das ging zum beispiel das erste weg das ganze um der jahre aus geländerschehen wir gehen jetzt langsam hoch alle die unruhen von dem war doch nur das war doch noch aber er kommt da kommt er kommt er kommt er kommt wir haben es hintereinander gehen wenn er dann gehst du vor wenn du zuerst stoppst weil die schiener zuerst auf dich weil ich das sehen das ist guter dann denn die ob uns gut und dann kommt noch die guckt ja auch mit der fressen ist genau über die im grunde ich kann noch nicht so wie es wäre ich habe ich habe der dritte die sind auch in 60 magazin ich bin jetzt soll ich durch die treppe einmal probieren ich bin jetzt ne er schießt gegen die treppe es sind sie ich kann ja was macht ihr was macht ihr da sind die ja ja wir sind unten es ist einer direkt über uns und einer ist über uns auf der treppe noch das sind also zwei ja was habt ihr geschickt an mich was ich bin jetzt nicht geschossen Alter der hat durchs geländer geschossen ich bin tot das durchs geländer schießen ist okay der kommt langsam runter bis jetzt ich sehe die tür noch nicht kommt er jetzt nein er bleibt oben hallo lieber hallo 13 jähriger 12 bis 13 es ist echt 12 jahre wer ist das hier ich xa habe ich einen körper oder nicht nein bist du am leben noch ja ich use das jetzt kurz ich use ach du bist draußen oder was das bin ich ja der m4 bin ich dort achso ok ja da kommt rein ich habe ich habe es sind aber mindestens zwei noch ich habe zwei im treppen ausgesehen ja 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 ich habe alle kamen neben meine leiche da liegt äh da kannst du das t-shirt erreichen unter der treppe bei martin auch noch zu schießen raus man ich kann grad ich kann grad durchs ganze treppe ausgucken das habe ich auch das sind zwei mann die russ habe ich hier haben die die russische reingeschoben hat schnell was zu verbinden ich habe nichts wir haben es nicht anders verdienen Martin wer mit 69er magazin oder so rumläuft so oder was oder wo wir zusammen wir beide zusammen wenn dann beide den loot verlieren ja vereinen den tod oder er sitzt genau hier über mir was er hält genau die treffe an der 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 ich weiß nicht ich habe auch durchschossen ich bin aber kann ich kann da lebt noch da lebt noch es ist natürlich wir können er hoch das Ding ist halt die halten schon von vornherein auf das Gelände an wir haben ja mit SKS hoch ich will doch ganz unten du blutest wie Sau ich glaube nicht das wieder glauben wir hätten den Pokéans und das ist scheiße da oben der ist runtergekommen scheiße Schatten Schatten die Drecksau ich Schatten ich bin tot aber alle gecleared in dem scheiß Haus alle gecleared alle gecleared aber wer hat dich denn getötet wenn alle gecleared sind da kam einer mit SKS unten rein den hab ich auch noch voll weg gemäht und dann hat er mich auch noch getroffen im lag aber alle tot da sind alle alle tot das ganze Haus ist komplett gecleared scheiße ich hatte nur noch 40 Schuss in den 70er-Ragaziner das hätte ich den noch voll weg gemäht ey ja umso länger es dauern das ist das gute Zeit der kam einfach runter voll ungeduldig der kam einfach runter und ich da steht auch immer über mir ich geh da voll hin come on ich steh auch genau bitte Neustadt 2 oben am Rathaus bitte Neustadt 2 und ihr geht bitte Neustadt 2 und ihr geht und ihr geht Vielen Dank.